Ja, danke. Ja, guten Morgen, vielen Dank, aber applaudieren Sie nicht zu früh, weil ich Ihnen jetzt Philosophie zumute, nämlich 45 Minuten soll ich reden, nicht länger, das kann ich auch, das ist genau eine Vorlesungsstunde. Also bekommen Sie jetzt am Sonntagmorgen keine Predigt, aber sowas ähnliches, nämlich eine Philosophiestunde und die fängt damit an, dass ich das aufnehmen möchte, was gestern über Demokratie gesagt wurde und was ja auch von der herrschenden Politikerschicht immer gesagt wird, dass wir in einer Demokratie leben würden, die wir bewahren und retten müssen. Und genau diese Leute, die das sagen, verletzen die Demokratie und ich würde sogar etwas zugespitzt sagen, wir leben nicht in einer Demokratie. Denn in einer Demokratie ist das Volk, also wir, wir Bürgerinnen und Bürger souverän. Und wenn man, wenn die Regierung uns einfach über Nacht unsere Grundrechte nehmen kann, indem sie behauptet, es sei irgendwas Gefährliches da und diese Regierung müsse uns jetzt schützen und allerhand Schutzmaßnahmen ergreifen, die darauf hinauslaufen, dass wir unsere grundlegenden Rechte nicht mehr haben, also nicht mehr entscheiden können, mit wem wir uns treffen, mit wem wir wirtschaftliche Verträge eingehen, nicht mehr auf die Straße rausgehen können, auch nicht mehr unsere Meinung so frei sagen können, dann haben wir keine Demokratie. Denken Sie an Karl Schmitt, das war ein deutscher Staatsrechtler letztes Jahrhundert, auch mit durchaus dunklen Seiten und der hat gesagt, souverän ist, wer über den Ausnahmezustand verfügt. Und das stimmt, nicht, also hier, das ist ja gut, das Niveau hebt sich, wir steigen auf, ja. Also, souverän ist, wer über den Ausnahmezustand verfügt. Wenn die Regierung einfach und ganz legal, also positiv rechtlich ganz legal, einen Ausnahmezustand deklarieren kann, dann leben wir in einem Obrigkeitsstaat, weil unsere Rechte dann nur gelten, wenn die Regierung nicht gerade einen Ausnahmezustand deklariert. Das heißt, das, was wir denken, seien Grundrechte, gilt nur unter dem Vorbehalt, dass die Regierung es uns gewährt. Das heißt, das sind eigentlich Privilegien, die die Obrigkeit gewährt für entsprechendes Wohlverhalten, dass ihr euch so verhält, dass wir eben nicht gerade, dass ihr eben nicht gerade Viren verbreitet, dass das Klima schädigt oder irgendetwas tut oder was sagt, ich versuche jetzt hier nah an diesem Mikrofon zu bleiben, was der Regierung nicht gefällt. Demokratie heißt, dass wir alle Grundrechte haben und die stehen ja auch im Grundgesetz drin, in den ersten 20 Artikeln. Und Grundrechte sind nicht Schönwetterrechte, also die gelten nicht am Sonntag, nur am Sonntag, wenn schönes Wetter ist. Und das sind auch keine Anspruchsrechte, sondern das sind reine Abwehrrechte. Abwehrrechte dagegen, dass jemand übergriffig wird und in meine Lebensführung eingreift, also mir vorschreiben will, mit wem ich mich treffen darf, ob ich in ein Restaurant gehen darf, was ich sagen darf, wie ich heizen darf, wie ich mich fortbewegen darf, wie ich also Sprache verwenden muss und wie bitte? Verwenden denn muss? Ja, also dagegen habe ich Abwehrrechte. Und wenn die gelten, dann gelten sie absolut, das heißt kategorisch unter keiner Bedingung. Und wenn sie unter einer Bedingung stehen, also unter der Bedingung, dass die Regierung nicht gerade einen Ausnahmezustand erklärt, dann gelten sie eben nicht absolut, dann sind es eben keine Grundrechte mehr. Das heißt, was mir im März, unter dem Schock vom März 2020, stehe ich immer noch klar wurde, ist, dass eigentlich die Grundrechte, die wir haben, nur auf dem Papier stehen und dass dieses Papier nicht viel wert ist, wenn es einfach ausgesetzt werden kann. Also müssen wir da angehen, dass so etwas nicht geschehen darf. Wir haben eine Demokratie dann und nur dann, wenn alle Bürgerinnen und Bürger die gleichen Grundrechte haben und die ihnen niemand nehmen kann. Und der Staat ist dazu da, diese Grundrechte zu schützen, also Rechte auf Leib, Leben, Eigentum zu schützen und nicht diese Rechte zu bestimmen in dem Sinne, dass vorgeschrieben wird, wann sie die Rechte haben und wann sie die nicht haben. Das ist der übergriffige Staat, den wir haben und der totalitäre Tendenzen angenommen hat. Also jetzt kommt ein bisschen mehr Philosophie noch, nämlich wo das herkommt. Das kommt aus etwas her, was Gunter Frank auch gestern mit dem Stichwort Aufklärung schon angesprochen hat, nämlich aus der europäischen Tradition, die man jetzt bis zu den Griechen zurückverfolgen kann, dann das Christentum und was man so auf das Stichwort oder auf den Punkt bringen kann, Primat der Freiheit, weil wir alle freie Wesen sind und das sind wir deshalb, weil wir vernunftbegabt sind. Und wenn wir vernunftbegabt sind, können wir selbst über unser Leben bestimmen, das ist Freiheit. Freiheit, Logos, Vernunft, Logos im Griechischen nicht, geht zusammen mit Freiheit, Selbstbestimmung und damit auch mit Rechenschaftspflicht oder Haftungspflicht, Verantwortung für sein Handeln, Logon didonai im Griechischen. Und die Freiheit, die haben sie immer. Die besteht jetzt, wenn ich jetzt Kant etwas aus dem Kopf zitiere, sagt Kant, wenn uns Erscheinung, also Sinnesdaten gegeben sind, sind wir noch völlig frei, wie wir die Sache daraus beurteilen wollen. Also hier ist auch ein Fluss da und das sieht man hier. Die, die da jetzt stellen sich vor, da ist das Ufer und da ist ein Stab reingesteckt und der sieht jetzt im Wasser so aus, als wenn er gebrochen wäre an der Wasseroberfläche. Sie, dieses Sinnes-Eindruck des gebrochenen Stabes, bestimmt nicht ihr Denken. Sie können sagen, halt, Sie können sich dazu positionieren, das stimmt doch nicht. Das prüfe ich jetzt erstmal nach. Dann sind Sie auf dem Weg zur Wissenschaft, ob der wirklich gebrochen ist oder ob das nur so erscheint. Wir müssen darauf nicht einfach reagieren. Wir können uns zu allem, was uns gegeben ist, positionieren. Darin liegt unsere Freiheit. Wir bestimmen selbst darüber und das tun Sie auch. Also beim Frühstück sagen da so, ich glaube, so nicht ganz gesunde Sachen, auch Croissants und so was. Dann kann ich mich entscheiden, nehme ich das oder nicht und am Sonntagmorgen habe ich das halt genommen. Und dann dachte ich irgendwie jetzt nicht zu viel Kaffee, sondern jetzt nimm lieber noch was anderes, nehme ich so einen Kakao und dann war der völlig versüßt oder so, aber so geht es einem dann. Und das sind freie Entscheidungen, die treffe ich ständig. Und das können nur wir Menschen dank der Vernunft, vielleicht können es auch höher entwickelte Tiere, das ist jetzt oder noch andere, also es geht jetzt nicht um die Extension, der alles darunter fällt, sondern um die Intention, was Vernunft bedeutet. Wenn hier über die Bühne eine Maus läuft, so, und die Katze hinterher und die Katze quält die Maus oder spielt mit der Maus und irgendwann schnappt sie zu und frisst die Maus, dann können wir die Katze nicht verurteilen moralisch für ihr Verhalten. Also das ist nicht nett, was die Katze mit der Maus macht, aber das macht sie nun mal, das ist ihr Instinkt, aber bei Menschen geht das nicht. Wieder, wir reagieren nicht einfach, wir sind nicht einfache Reizreaktionsmaschinen oder Organismen, die einfach auf gegebene Reize reagieren, sondern wir bringen uns dazu in Stellung. Wir können darüber nachdenken, was wir tun sollen, wir können darüber nachdenken, ob das in Ordnung ist, sich in bestimmter Weise zu verhalten oder nicht. Da ist wieder unsere Freiheit, Selbstbestimmung mit unserer Rechenschaftspflicht. Also sie müssen, deshalb ist das ja auch schlimm, dass das kommt, wenn jetzt heute dann bestimmte Firmen, wenn sie nur genügend Kapital und Einfluss haben, sich von ihrer Rechenschaftspflicht befreien können. Also das kommt aus der europäischen Tradition, das kommt aus der Antike, das kommt aus dem Christentum mit der Lehre, dass der Mensch freigeschaffen ist im Ebenbild Gottes und dann haben wir ein Primat der Freiheit. Daraus folgt, also wenn jetzt die Philosophiestunde länger wäre, könnte ich das noch ausführlicher begründen, daraus folgen die Grundrechte und daraus folgt, dass die absolut gelten und daraus folgt, dass die nichts mit Willkür, Egoismus oder sonst was zu tun haben, sondern die Verpflichtung sind, die jeder von uns hat, jeden anderen als denkendes und handelndes Wesen zu respektieren, das heißt, dessen Rechte anzuerkennen. Und das heißt jetzt auch wieder für eine Demokratie, dass ich nicht per Mehrheit darüber abstimmen kann, also nehmen wir an, jetzt sei hier eine Mehrheit von Männern im Raum, die können jetzt nicht darüber abstimmen, dass die Frauen keine Rechte haben, also dass die nicht reden dürfen oder so. Die sagen, also wenn jetzt Diskussionen vorgesehen werden, die werden sagen, Tagesordnung nur Frauen oder nur Männer oder nur Weißhaarige oder nur können reden und darüber stimmen wir jetzt ab. Das wäre nicht legitim. Sie können auch nicht darüber abstimmen, ob Sie jemand anders die Rechte aberkennen. Sie können abstimmen über öffentliche Angelegenheiten unter der Voraussetzung, dass absolut die Rechte von jedem gelten. Punkt. Und nur dann, wenn das so ist, haben Sie eine Demokratie, haben Sie einen Rechtsstaat, haben Sie eine Rechtsordnung. Und das alles steht in der europäischen Tradition unter dem Stichwort Primat der Freiheit und hängt mit Vernunft zusammen. Und was die Aufklärung gemacht hat, ist die Vernunft zu universalisieren. Das hängt jetzt nicht mehr davon ab, dass Sie als Grieche geboren werden oder ob Sie Christ sind oder so, sondern das gilt für alle Menschen. Und das ist das, was alle Menschen eint, währenddessen Kultur, Ethnie, Religion, Geschlecht etc., das unterscheidet uns. Aber eigentlich sind wir alle darin, dass wir vernunftbegabte Wesen sind, deshalb Grundrechte haben und deshalb eine Würde haben, die nicht zur Disposition steht von niemandem und von nichts. Also so sollte es sein. Primat der Freiheit. Wir haben in der europäischen Geistesgeschichte jetzt einen Gegenpol. Den würde ich jetzt stellen unter das Primat des Wissens. Das haben wir seit Platon. Platon dachte, dass wenn Leute gut ausgebildet sind und also eine Elite darstellen, aber nicht durch Geburt, sondern durch Ausbildung, durch einen langen Weg, die in irgendeiner Weise aufsteigen, wie der Luftballon hier eben, der jetzt verschwunden ist, die also aus dem Dach des Schießhauses hier rauskommen und sich der Sonne nähern und dann die Ideen sehen, das Wissen haben, das wirkliche Wissen. Und dieses Wissen ist so, nach Platon, dass es unmittelbar normativ ist, also letztlich das Wissen um das Gute, das dann unmittelbar eine Handlungsanweisung enthält und deshalb diese, und für Platon waren das die Philosophen, berechtigt im Staat zu herrschen oder die Herrscher anzuweisen. Also ich kann jetzt so sagen, Wissen, Trumps, also wie sagt man im Deutschen, und triumphiert über oder schlägt Freiheit. Sie, ich, der Philosoph hier, und bei Platon war das so mit über 50 Jahren, also das habe ich jetzt auch erreicht, ich habe hier das Wissen und ich sage Ihnen jetzt, was Sie tun sollen. Das Wissen berechtigt mich dazu, Ihnen Vorschriften zu machen. Als erstes gehen wir jetzt darüber, das mit Kuchen am Sonntagmorgen geht schon gar nicht. Und Bier auf keinen Fall, also da müssen wir als erstes mal kontrollieren. Und so frei hier kunterbunt sitzen, das geht auch nicht. Also das müssen wir jetzt einmal richtig ordnen, weil wir nämlich mit dem Wissen auch sagen können, wie die Gesellschaft aufgebaut ist. Und bei Platon geht das so weit, dass dann auch vorgeschrieben wird, wer wen und wann heiratet, weil der Philosopher halt auch weiß, wie dann der optimale Fortbestand ist, Eugenik. Das hat in der Geschichte auch öfter gegeben. Also das ist die Gegenströmung. Und natürlich haben die Philosophen dabei gesellschaftlich schlechte Karten. Also denen hat niemand geglaubt. Also vielleicht mögen die irgendein Wissen haben, aber mit Herrschung und so weiter lässt man sie lieber nicht ran. Das haben zunächst Religionsführer übernommen. Und nachdem das in lauter Kriegen geendet hat und man die Religion vom Staat getrennt hat, ist halt die Wissenschaft da reingerückt. Weil die Wissenschaft halt dasjenige ist, was in unseren Gesellschaften zu großen Erfolgen geführt hat. Das hat dazu geführt, dass wir unseren Lebensstandard, alle Bevölkerungsschichten ihren Lebensstandard deutlich gesteigert haben. Dass es Technik gibt, also so ein Mikrofon würde es auch nicht ohne Elektromagnetismus geben. Dass es möglich ist, dass ich hier von Lausanne nach Weimar komme und hoffentlich auch wieder zurück und so weiter. Das kam alles erst vor 200 Jahren in Gang. Und wenn die Wissenschaft technisch so erfolgreich ist, dann jetzt diese verführerische Idee, dann könnte man sie doch auch einsetzen, um die Gesellschaft zu steuern. Das ist dann das, was man fachterminologisch Scientismus nennt von Scientia oder Science im Englischen Naturwissenschaft, dass die die Gesellschaft steuern kann. Mangels Besseren muss jetzt die Wissenschaft dafür herhalten. Die Religion kann es nicht mehr, weil das hat nur an Religionskriegen geendet und zu vielen Toten geführt. Den Philosophen traut man es nicht zu. Also ist die Verführung, das nächstbeste zu nehmen, die neuzeitliche Naturwissenschaft. Und die kann es natürlich erst recht nicht. Weil das hat Uli Masoud da schon am Anfang gesagt. Ich sage immer dasselbe, also entschuldige mich auch gleich bei denen, die irgendwas schon gehört oder gelesen haben. Es ist immer dasselbe. Die kann nämlich nur Fakten erkennen. Und die Fakten erkennt sie, indem sie objektiv ist. Und objektiv zu sein heißt, dass sie sich von allen subjektiven Perspektiven so weit wie möglich lösen muss. Also dass die eigenen Präferenzen, Wertungen, Normen, Ziele da nicht reinkommen. Und das geht natürlich nie ganz. Also die Objektivität der Wissenschaft ist eine regulative Idee. Daran orientiert man sich, aber die kann man nie ganz erreichen. Natürlich ist jeder von seinem kulturellen, sozialen Hintergrund, von den beschränkten Wahrnehmungen und Daten, die ihm als Wissenschaftler zur Verfügung stehen etc. beeinflusst. Deshalb muss die Methode, so sagt Descartes schon im 17. Jahrhundert der Wissenschaft, kritisch sein. Skeptizismus sein. Wenn einer eine Behauptung macht, muss jemand anders kommen und das abklopfen und prüfen. Wenn einer ein Experiment macht und Ergebnisse hat, mag das ja schön und gut sein, aber erst der Nächste, der es reproduzieren kann, erst das Protokoll, wie repräsentiert man das, überall unter verschiedenen Umständen etc. bestätigt das. Und bestätigt das auch nur hypothetisch, nämlich so lange, bis man nicht ein Gegenbeispiel gefunden hat. Also die Methode der Wissenschaft muss kritisch, skeptisch sein, weil Objektivität anders nicht zu erreichen ist. Und daraus folgt nun drittens, dass Wissenschaft im Sinne von Science, Naturwissenschaft überhaupt nicht zum menschlichen Handeln sagen kann. Also außerhalb über zu den biologischen Grundlagen, weil es da ja gerade nicht darum geht, wie die Fakten in der Welt sind, sondern wie die Person die Fakten in der Welt wahrnimmt oder was sie für Überzeugungen über die Welt hat, was sie für Präferenzen hat etc. Also Sie können wieheuristisch beschreiben, was es heißt, wenn Peter abends nach Hause kommt und ein Bier möchte. Aber um zu erklären, wieso er zum Kühlschrank geht, brauchen Sie nun mal die zusätzliche Annahme, dass er subjektiv glaubt, dass Bier im Kühlschrank ist. Und wenn er zu Hause sitzt und Bier im Kühlschrank ist und er nicht glaubt, dass Bier im Kühlschrank ist, dann wird er sich nicht bewegen. Also sein Verhalten, also das, was er tut, hängt nicht davon ab, wie die Fakten in der Welt sind, sondern was er über sie glaubt. Und das haben Popper, Hayek, das ist eine alte Debatte aus den 1930er, 40er Jahren schon alles aufgezeigte. Damit ist von, eigentlich schon Descartes, damit ist von vornherein klar, dass die Science im Sinne von Naturwissenschaft zu menschlichem Handeln herzlich wenig sagen kann. Eigentlich, also was das Normative betrifft, gar nicht sagen kann, weil sie per Definition von der subjektiven Perspektive auf die Welt abstrahieren muss. Deshalb ist die Mathematik, die Gravitation und so weiter auch für alle Menschen die gleichen. Und wenn diese Inklusivitätsleute ankommen, würde ich, die fliegen ja auch zu ihren Kongressen immer um die Welt herum und so weiter und sagen, das seien alles alte westliche Männer, Newton, Einstein und so weiter. Und jetzt müsste die Physik inklusiver werden. Dann sage ich denen, also es ist ganz einfach. Ich setze mich in das Flugzeug, das nach der Newton'schen Mechanik gebaut ist und die sollen sich in das Flugzeug setzen, das nach der, weiß ich was, was jetzt gerade das Inklusive sein soll, bei dem auch zwei und zwei ja nicht mehr vier ist, sondern fünf oder sowas. Die sollen sich in ein nach den Regeln gebautes Flugzeug hineinsetzen und dann werden wir sehen, wer ankommt. Und damit ist die Sache dann erledigt. Also, diese Wissenschaft, die kann gar nicht uns Vorschrift machen. Das ist das Absurde. Und das eben, ich weiß nicht, eben aufgezeigt sind eigentlich Sachen, da brauchen Sie nicht Philosophie oder Wissenschaft oder irgendwas studiert zu haben. Das sehen Sie sofort. Also, wenn jemand über Fakten redet, kann der Ihnen keine Handlungsanweisung machen. Also, wenn jemand sagt, follow the science, höre auf die Wissenschaft oder so. Und wenn der als Experte ins Fernsehen gestellt wird oder so, dann drehen Sie sofort ab. Sie wissen dann, dass dieser Mensch exakt null von Wissenschaft verstanden hat. Auch wenn er irgendwelche Preise gewonnen hat, das heißt nichts. Er hat exakt null, nämlich überhaupt nichts verstanden. Also, es ist genau wie ein Mathematiker kommt, der sagt, 2 plus 2 ist nicht 4 oder so, der hat offenbar von Arithmetik und die auf den Piano-Aktionen beruht, gar nichts verstanden. Also, so ist das. Es ist ganz einfach. Also, damit haben wir das erste Übel, das wir jetzt wieder haben, diesen Scientismus. Das aus politischen Interessen, würde ich sagen. Ich würde schon die Wissenschaft verteidigen und würde sagen, solange man die Wissenschaftler in Ruhe lässt, geht das untereinander. Also, der eine, natürlich gibt es immer Leute, die meinen, dass sie die Welt erkannt haben oder sogar die Welt retten müssen oder so. Aber dann kommen die anderen und sagen, ja komm, jetzt liefer erst mal deine Daten. Zeig mal her, was hast du denn für Daten? Dann klopfen wir die ab. Dann sehen wir aus den Datenfolgen überhaupt nicht die Hypothesen und so. Und dann sagt man, geh wieder zurück in dein Büro oder in dein Labor und mach nochmal deine Arbeit ordentlich. Damit ist die Sache erledigt. Aber wenn jetzt politische Interessen kommen, dann nimmt man diese Leute, die eigentlich wissenschaftlich schon längst erledigt sind und stellt sie als Experten ins Fernsehen, wo sie allerhand verkünden. Und dann werden die anderen eingeschüchtert. Dann funktioniert Wissenschaft nichts mehr. Und wenn sie dann noch Forschungsgelder zentral vergeben können, dann können sie das natürlich steuern. Dann können sie ganze Pseudowissenschaften wie Weltrettung vor Klimawandel oder weiß ich was aus dem Boden stampfen, weil sie einfach das Geld haben. Also ich würde sagen, solange man die neuzeitliche Wissenschaft, solange man die in Ruhe lässt, funktioniert sie sehr gut. In dem Moment, wo sie politisch instrumentalisiert wird, ist es vorbei. Und es ist einfach aus den ganz normalen menschlichen Gründen. Also man macht sich dann Ärger, wenn man dagegen redet. Und jetzt würde ich sagen, also ich mache nur meinen Job, weil Philosophen seit Sokrates kritisch sind. Also unsere Arbeit ist, kritisch Wissensansprüche, von wem auch immer sie kommen und aus welchen Interessen und so weiter auch immer sie kommen, kritisch zu untersuchen. Und dann würde ich auch gerade sagen, jetzt auf Deutschland bezogen, also Delegitimierung des Staates ist unser tägliches Geschäft, weil wir nämlich kritisch überprüfen müssen, was der Staat macht und ob das legitim ist. Wie ich am Anfang gesagt habe, wenn die Regierung einfach einen Ausnahmezustand ausrufen kann, tut mir leid, dann ist das ganze Gerede von Demokratie, das Papier nicht wert. Und dann sollte der Bundespräsident sich lieber mal einen Moment zeigen. Ich meine, von Trump sagt man, dass er keine paar Seiten lesen kann. Beim deutschen Bundespräsidenten weiß man, dass er entweder nicht lesen kann oder nicht verstehen kann oder böswillig ist. Jetzt weiß ich nicht, was man sich aussuchen soll. Also der müsste eigentlich für das Grundgesetz stehen, samt dem von ihm eingesetzten Richter. Okay, also das ist der Einfluss von außen. Von wem? Wir haben zunächst mal den Einfluss von, was ich jetzt nennen würde, postmodernen Postmarxisten. Das sind Leute, die meinen, dass die universelle Vernunft der Aufklärung ja eigentlich nur die alten weißen Männer sind. Nicht Descartes, Kant, Newton, Einstein, lauter alte weiße Männer. Das war damals leider so, dass das irgendwie große Teile, das wäre viel besser noch gelaufen, wenn alle sich wie heute an der Wissenschaft hätten beteiligen können. Aber das war halt nicht so. Okay, die sagen also, das ist eigentlich nur eine Herrschaft von denen und da gibt es Opfergruppen. Also beim Marxismus waren die Arbeiter die Opfergruppen. Jetzt sind durch den wirtschaftlichen Fortschritt, der Kapitalismus lebt nur, wenn er Massenprodukte verkaufen kann. Also muss es auch den Arbeitern besser gehen. Hat sich das erledigt, sucht man Opfergruppen. Das ist jetzt meine Erklärung dafür, wieso gerade die Themen Corona und Klima rausgegriffen werden. Da kann man dieses Opfer-Schema auf die Spitze treiben. Nämlich so machen, dass wir alle Opfer sind. Und damit sind wir auch alle Täter. Wenn Sie hier so eng zusammensitzen, und jetzt ist es Oktober, also Herbst, da kann es natürlich sein, dass irgendjemand von Ihnen unabsichtlich irgendein Virus verbreitet. Also indem Sie hier einfach so rein spazieren in diesen Raum, schaden Sie anderen Leuten. Und wenn Sie noch dazu mit dem Auto hergefahren kommen und am Morgen noch ein Croissant gegessen haben und so weiter, dann schaden Sie dem Klima, nämlich der zukünftigen Generation, die dann weg ist. Und wenn Sie jetzt auch noch so frei herausreden wie ich, dann verletzen Sie sicherlich die Gefühle von irgendwelchen in der Geschichte tatsächlich nachfahren, die man also entsprechend hier noch hochfahren kann und auffahren kann, nachfahren von in der Geschichte tatsächlich unterdrückten Minderheiten. Also sind Sie alle Täter. Also, das ist dieses marxistische Schema, jetzt postmarxistisch weitergetrieben. Und das postmarxistische und postmoderne daran ist, dass die Themen weg sind. Wir haben nicht mehr das eine große Narrativ im Marxismus von den Klassen und von den ausbeutenden Klassen und dass es da immer noch irgendwelche Ausbeuter gab. Wir haben nicht mehr das sozialistische Schema des Nationalsozialismus von den Rassen, was immer streng wissenschaftlich begründet sein mag. Und wenn diese großen Erzählungen halt zusammengebrochen waren, dann war fertig mit diesem Regime. Also es hat immer einen Haufen Millionen Tote gegeben, aber dann war fertig. Das Heute ist geschickter. Sie können von einem Thema zum nächsten gehen. Corona ist fertig. Also wer immer noch nicht das gemerkt hat, was Gunter Frank gestern gesagt hat, sorry, dann weiß ich nicht, wie man da noch weiterhelfen kann, dass also irgendwie nichts in irgendeiner Weise Nachweisbares da war. Aber dann kommt halt das nächste Thema, Klima. Jetzt ja schönes Wetter. Und der Herbst, dieses Jahr war das auch kälter, also jedenfalls da, wo ich lebe und so weiter, macht ja nichts. Also irgendwo wird sicherlich irgendwas sein, wo Leute drunter leiden. Das Thema, dass sie nicht mehr frei ihre Meinung sagen können. Also man macht sie Kürre. Man macht ihnen, also wie, wie, also man redet ihnen ein, dass sie mit jedem selbst, das ist jetzt der Punkt, mit jedem selbstbestimmten freien Handeln, das Getränk, das sie beim Frühstück wählen, ob sie jetzt hier, ob sie Sonntag in die Kirche gehen und die Kirche dann voll ist oder ob sie hier ins Schießhaus gehen und sich Philosophie zumuten, mit jedem freien Handeln schaden sie potenziell anderen. Und jetzt kommen die Scientisten, jetzt haben sie ihr Fressen gefunden. Bitte untersucht Viren, wie die Leute schaden und dafür geben wir euch Geld. Bitte untersucht Klimawandel und wie das den Leuten schadet. Und jetzt haben wir genau dieses Schema, jetzt haben wir dieses Schema der Anmaßung, berechtigt zu sein, anderen Vorschriften für ihr Leben zu machen. Und jetzt haben wir die totalitäre Tendenz, weil das ja unbegrenzt ist. Wenn Sie mit jedem freien Handeln anderen schaden können, ist damit die Legitimation gegeben, dass man alle ihr freies Handeln reguliert. Also Sie dürfen hier nur noch rein, wenn Sie in der Schweiz, das Zertifikat, wenn Sie erst mal sich zertifizieren lassen, dass Sie unschädlich sind, indem Sie am besten Impfpass vorweisen oder so einen Test oder so was. Jetzt können Sie dasselbe auf Klima übertragen, dann kann noch, dann muss ich hier so einen Test ausfüllen, was für eine Sprache ich dann spreche, dass ich ja keinen beleidige oder so und etc. Also da ist Tür und Tor geöffnet für eine umfassende Regulierung aus angeblichen Wissensansprüchen, weil sie angeblich anderen schaden. Also die Ideologie dahinter ist der Marxismus, das ist das postmarxistische Schema. Dann braucht man jetzt die Wissenschaftler, damit das irgendwie wie glaubhaft klingt, dass da irgendwelche Hanseles als Experten vorgeführt werden, die dann so was verkünden, die Leute irre machen und sie müssen sich freikaufen. Also sie kriegen dann Rechte, wie beispielsweise so einen Raum zu betreten, nur noch, wenn sie erst mal einen Pass oder ein Zertifikat oder irgendwie eine Bescheinigung vorweisen, also erst mal ihre Berechtigung vorweisen. Das heißt, sie haben Rechte, das, was ich am Anfang gesagt habe, nur noch als Privilegien gegenüber einer Autorität, die sich ihrerseits auf Wissensansprüche beruft. Das ist sozusagen der ideologische Überbau, Scientismus und intellektuelle, postmoderne Postmarxismus. Das Ganze funktioniert nur, wenn es den realpolitischen Unterbau gibt. Also wenn es den Staat gibt, der ganz, also positiv rechtlich legal, einfach mal so einen Ausnahmezustand deklarieren kann. Weil der Staat dazu da ist, uns zu schützen. Und das stimmt ja auch. Der ist dazu da, Rechtssicherheit zu gewähren. Also wenn jemand übergriffig wird gegen andere, sollte das nach Möglichkeit verhindert werden. Und wenn das nicht so ist, dann sollte eine Polizei da sein und ein Gericht, das die Fälle untersucht. Und wenn es Streitereien darüber gibt, wem jetzt dieses Glas Wasser gehört und jemand sich darum prügelt, sollte es dann auch einen Mediator oder Richter geben, der das friedlich schlichtet. Also wir brauchen eine Rechtsordnung, die auch durchgesetzt wird und ein Rechtssystem zum Schutz. Okay? Und jetzt ist natürlich, wenn ein Politiker sagt, also euer Leben funktioniert ja eigentlich ganz gut und ich greife nur ein, wenn es wirklich ein Problem gibt, um zu verhindern, dass das mit Gewalt ausgetragen wird. Der wird nicht gewählt. Der muss sagen, also ich schütze euch jetzt nicht nur vor Übergriffen, sondern ich sorge auch dafür, dass es schönes Wetter gibt. Also ich schütze euch vor Klimawandel, ich schütze euch vor Viren und so weiter. Also da ist so eine Bahn, also Hayek nennt das den Weg zur Knechtschaft, also so eine, wie das hier ist bei diesem Mikrofon, so eine abschüssige Bahn und Sie sehen, dass es erst so sachte abwärts geht und dann wupps, wenn Sie hier sind, geht es ganz schnell abwärts. Dann sind Sie da drin gefangen. Also wenn Sie erst mal auf dieser abschüssigen Bahn sind, dann kommen Sie nur mit Anstrengung da wieder hoch und wieder raus. So geht das, wenn Sie sich erst mal auf dieses Schema eingelassen haben, der Staat muss doch schützen. Nee, muss er gar nicht. Also zum großen Teil können wir uns selbst schützen und wir können auch selbst uns mit Gleichinteressierten zusammenschließen. Also ich möchte beispielsweise nicht die staatlich vorgegebene Krankenversicherung haben, weil die nicht definieren können, was für mich gesund ist. Ich möchte mit Leuten, die ähnliche Präferenzen haben, freiwillig eine Krankenversicherung abschließen können und ich möchte, und genauso möchte ich das für alles andere, und ich möchte, dass in irgendeiner Weise was Eingebautes, also wer jetzt mehr kann, zahlt halt einen höheren. Dass es einen Richtbeitrag gibt nicht und wer mehr kann, zahlt einen höheren Beitrag, damit niemand, der jetzt dieselbe Krankenversicherung haben muss, damit ausgeschlossen wird. Und genau dasselbe würde ich jetzt auf Bildung, auf Medien, auf alles beziehen. Ich möchte nicht die staatlichen Vorgaben haben, weil dieser Schutz eben die abschüssige Route ist und hier unten bin ich dann im Totalitarismus, weil man mich dann vor allem schützen muss und die Vorgaben entsprechend macht und herbeischafft, werde ich dann, dann ist es zu spät. Dann sind sie abgefallen. Und das Ganze hat natürlich mit Realität nichts zu tun. Deshalb habe ich jetzt gar nicht so viel darüber gesagt, weil Gunter Frank das gestern schon gesagt hat. Das ist postfaktisch konstruiert. Es gibt keine Fakten, die in irgendeiner Weise eine außerordentliche Lage von Virenbedrohung, Klimawandel, das gibt es natürlich, gibt es Viren- und Klimawandel, aber dann ist nichts weiter bedrohlich. Das sehen Sie beim Letzteren schon daran, dass die Zahl der Todesopfer durch Unwetter, also durch extreme Wetterereignisse in den letzten 100 Jahren um 90 Prozent zurückgegangen ist, obwohl es Klimawandel gab. Das heißt, wir haben die Möglichkeit, uns spontan anzupassen an neue Verhältnisse und wir haben die technologischen Möglichkeiten dazu, wenn man die Menschen nur lässt. Das wissen die von unten viel besser als zentrale Vorgaben von oben. Also wir haben als Drittes, nennen wir das den Fürsorgestart, der übergriffig wird. Und diesen Schutzanspruch, der sich eigentlich auf die Grundrechte der Menschen bezieht, es muss eine Rechtsordnung geben, sodass Rechtssicherheit besteht und ein funktionierendes Polizei- und Justizsystem, das immer weiter ausweitet. Und dann braucht er jetzt natürlich die Wissenschaftler, die sagen, also die Postmarxisten geben die Ideologie, die Wissenschaftler liefern dann die Legitimation mit Pseudomodellen etc. und natürlich braucht er die Wirtschaft, die das tut, beziehungsweise, jetzt kommen wir zum vierten Punkt, Lenkungswirtschaft, die wirtschaftlichen Unternehmen machen das von selbst. Also denken Sie nochmal zurück an die Corona-Zeit. Jetzt mag es ja sein, dass Masken was nützen. Also jetzt sind Sie ein Unternehmer und stellen Masken her oder Impfstoffe oder was es sei. Und jetzt müssen Sie Kunden überzeugen und die werden skeptisch sein. Und wenn ein paar das machen und man sieht, dass die nur Kosten haben und irgendwie keinen Nutzen haben, dann sind sie pleite. Also das ist ein unternehmerisches Risiko. Und viel besser ist es doch jetzt einfach auf die Politiker zuzugehen und denen zu sagen, hört mal zu, die Wissenschaft, die wir gerade finanziert haben, die sagt, dass da ein gefährliches Virus ist. Dann haben wir auch noch mit den Ideologen, eigentlich haben wir mit den Marxisten nichts am Hut, aber wenn es den Geschäftsinteressen nutzt, legen wir uns natürlich auch mit denen ins Bett oder nehmen die mit rein. Ihr müsst jetzt, ihr müsst die Bevölkerung schützen. Wir liefern euch die Produkte, ihr Politiker schafft die Nachfrage künstlich, kauft uns die Produkte ab und wenn was schief geht, da wir die Menschheit gerettet haben, müssen wir auch nicht haften. Davon der Haftungspflicht befreien. Und schließlich, bitte legt nicht die Verträge offen, weil wie das irgendein deutscher Minister, der vor der Corona-Zeit Demisier mal gesagt hat, das könnte ja die Bevölkerung dann doch beunruhigen, wenn die erfahren, was da abläuft. Aber wir retten sie ja, also in diesem platonischen Sinne, wir wissen es ja. Und das heißt eben, das ist dann Lenkungswirtschaft oder im Englischen nennt man das Crony-Kapitalism oder Staatskapitalismus, das hat mit Kapitalismus eigentlich nichts mehr zu tun. Private Gewinne, risikolos und die Risiken, dass es schief geht, die Kosten werden auf die Steuerzahler abgewälzt, jedenfalls auf andere, über die Politik. Und das ist ein viel lukrativer Mechanismus, damit kann man viel, viel mehr Geld verdienen, als wenn man Kunden überzeugen müsste. Also wäre es ja im zweckrationalen Sinne dumm, wenn Unternehmen das nicht machen würden, also nicht sagen, dass sie die Welt vor Klimawandel, vor Viren, vor sonst was retten, sich noch so einen ESG-Anstrich geben oder wie das dann aussieht und so weiter, ist ein tolles Geschäftsmodell. Und dann läuft der Laden. Also wir haben diese vier Punkte, das habe ich in diesem Buch Land ohne Mut, sind das diese vier Punkte, die dir das Übel sind, Scientismus, Postmoderne, Postmarxismus, übergreifender Fürsorgestaat, Lenkungswirtschaft oder Staatskapitalismus. Und das Übel sind die halt zusammen, alle vier gibt es, es gibt immer Unternehmen, die Politiker bestechen wollen, es gibt immer bestechliche Politiker, es gibt immer Ideologen, die meinen, dass die Welt ein X untergeht und sie die retten müssen und es gibt immer Wissenschaftler, die durchgeknallt sind und meinen, sie hätten also irgendwie die platonische Höhle verlassen und das wahre, schöne und gute erkannt. Das Problem ist, wenn die vier zusammenkommen. Deshalb denke ich, wir haben es mit einem Trend zu tun, wir haben es nicht mit einer Verschwörung zu tun. Natürlich gibt es ein paar böse Menschen, und die das antreiben und die davon profitieren, aber wenn Sie die jetzt nehmen, also wie Sie die nennen wollen, also es gibt ja die einschlägigen Kandidaten, Bill Gates, Claude Schwab und so weiter, nehmen Sie die alle, verbannen Sie die auf eine einsame Insel, wo die irgendwie aus der Luft ernährt werden, aber von jeder Kommunikation nach außen abgeschnitten sind. Meine, nein, Entschuldigung, das ist ein Gedankenexperiment, wir sind noch nicht fertig. Meine Vermutung ist, also jetzt meine Forschungshypothese ist, dadurch ändert sich rein gar nichts. Die Sache ist schwieriger und das heißt auch schwieriger für Sie und jetzt kommt halt das Ende der Sonntagspredigt nicht, also ihr müsst was tun, weil wir müssen die Strukturen angehen, wir müssen diesen Trend angehen, dieses Zusammenspiel dieser vier Faktoren, dass dieses, was eigentlich die Tradition der westlichen Zivilisation ist, Primat der Freiheit, wegschafft und so ein pseudowissenschaftliches, eigentlich auch nicht religiöses, sondern abergläubisches Paradigma hinschafft, das uns in Totalitarismus hineinführt, bei dem alles geregelt ist. Wir müssen die zugrunde liegenden Strukturen angehen und zwar ganz einfach, die WHO, die EU, wer auch immer das sein mag, die UNO, wir hatten das gestern mit ihren schönen Zielen, die können nur reden. Die großen Konzerne, die können auch nur Geschäfte machen, indem sie Politiker bestechen oder Kunden überzeugen. Ich muss denen nichts abkaufen. Das Einzige, was mir Probleme macht, ist derjenige, der mir die Polizei ins Haus schicken kann. Nur der kann Zwang ausüben. Da muss ich ansetzen. Lass die alle reden. Ich bin ja auch für Meinungsfreiheit. Also es kann jeder sagen, woran die Welt zugrunde geht und wie sie gerettet wird. Und es kann freiwillig jeder das tun. Ich habe nichts dagegen, wenn jemand meint, er rettet die Welt, wenn er jetzt vegan ernährt oder sowas. Oder wenn er Masken trägt oder sich impfen lässt oder sowas. Können Sie alles machen, solange Sie das niemand anders aufzwingen. Und solange es nicht den Apparat gibt, der es aufzwingen kann, da muss ich ansetzen. Nur meine Regierung hier, auch nicht die EU. Denken Sie an diesen deutschen Innenminister namens Seehofer, der jetzt friedlich seine Rente bekommt und für mich auch auf der Liste steht, von was Gunter Frank Staatsverbrechen nennt, was der argentinische Präsident Javier Milley vor der UN als Verbrechen gegen die Menschlichkeit bezeichnet hat. Also die Corona-Zwangsmaßnahmen sind jetzt auch einschlägig in einer Rede eines Staatspräsidenten vor den Vereinten Nationen nachzulesen, diesen September, als das charakterisiert oder als haben wir aktenkundig gemacht worden. Sie sind nämlich ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Und das heißt entsprechend, es gibt Verbrecher. Die Aufarbeitung besteht darin, dass es ordentliche Rechtsverfahren gibt und die entsprechend vor Gericht gestellt werden. Also denken Sie an diesen deutschen Innenminister, der gesagt hat, also jetzt kommt diese Virenwelle, wir machen die Grenzen dicht, was man 2015 nicht konnte. Und dann hat ein Journalist, den in der Pressekonferenz gefragt, ja wie ist denn das mit den EU-Verträgen und so weiter. Er hat gesagt, das interessiert ihn nicht. Es ist jetzt Ausnahme nicht, souverän ist, wer wir den Ausnahmezustand hat. Ausnahmesituation, er weist jetzt die Polizei an, die Grenzen zu kontrollieren. Also all diese supranationalen Organisationen können nur was ausrichten, insofern die, die uns die Polizei ins Haus schicken können, denen folgen. Also müssen wir da ansetzen. Und ich denke, wir brauchen da drei Dinge. Das Erste ist eigene Urteilskraft. Sie müssen ständig, Sie beurteilen, was Sie zum Frühstück essen wollen, Sie beurteilen, wie Sie dieses lange Wochenende gestalten, ob Sie hier zu dem Festival gehen und inklusive sich dann Sonntagmorgen Philosophievortrag serviert bekommen und anhören müssen oder ob Sie im Park spazieren gehen, ins Erzgebirge gehen oder sonst was tun. Sie bestimmen immer selbst und Sie können das auch. Sie tun das in Ihrem privaten Leben, in Ihrem Familienleben. Sie bestimmen ständig selbst, wie Sie Ihr Leben gestalten und Sie können auch angemessen auf Situationen reagieren, die neue Herausforderungen darstellen. Das konnten wir immer. Das hat noch nie ein Politiker gekonnt. Das ist immer spontan von unten in der Geschichte gekommen. Das können wir. Also haben Sie Mut, Ihre Urteilskraft, das heißt den Begriff, das, was Ihnen begrifflich serviert wird durch Medien, sonst was auf Ihr Telefon zusammenzubringen mit der Anschauung, mit dem, was bei Ihnen vor Ort los ist und darauf verhältnismäßig zu reagieren, das kann Ihnen niemand abnehmen. Und das können Sie auch. Das Zweite ist, wir müssen diesen Übergriff in den Staat angehen, wir müssen den Unterbau angehen. Wenn wir nur die Ideologien wegschieben, Corona, Klima, Vokismus, was als nächstes kommen mag, haben wir nichts gewonnen, weil das ist ja dieses postmoderne Schema. Sie ersetzen ein kleines Narrativ durch das Nächste. Ich weiß nicht, was als nächstes kommt, aber wenn man das Schema fortsetzen kann, Sie sind alle Täter, Sie schaden mit Ihrem selbstbestimmten Handeln, allen anderen, deshalb müssen Sie sich umfassender Regulierung für X oder Y unterwerfen, dann ist nichts gewonnen. Sie müssen diesen Staat angehen. Und dazu muss man angehen, weg mit dem Ausnahmegesetzen, weg damit, dass positiv, rechtlich, legal die Möglichkeit besteht, dass die Regierung einfach einen Ausnahmezustand ausruft. Die Regierung wird das tun, das ist das Postfaktische, das ist die Rückkehr zur Realität. Wir müssen zu der Realität zurückkehren, die wir hier vor Ort haben und das angehen, dass uns nicht einfach jemand per Handstreich unsere Rechte nehmen kann auf einer rein willkürlichen Grundlage, die natürlich inszeniert ist. Also die sogenannten Experten, die man vorführen kann, wenn man die Medien bezahlt, die Wissenschaft, die Bildung bezahlt, die wirtschaftlichen Interessen dahinter hat, die findet man immer. Also das muss weg. Grundrechte gelten entweder absolut oder sie gelten nicht. Also weg, ich weiß jetzt nicht, was all genau diese positiven rechtlichen Gesetze sind. Das sogenannte Infektionsschutzgesetz, dieser Quatsch, den Gunter Frank schon angesprochen hat. Man müsste jetzt die Pandemie aufbarten, um zu wissen, wie man für die nächste besser vorbereitet ist. Um Gottes Willen, weg mit diesem ganzen Zeugs, einfach weg. Das dient nur dazu, ihnen ihre Rechte zu nehmen. Also die ganzen Möglichkeiten, die normale Rechtsordnung zu verlassen, die Ausnahmegesetze. Das muss weg. Zweitens muss weg, dass der Staat einfach alles kaufen kann. Das heißt, dass die Regierung beliebig Geld drucken kann oder eben Schuldenpapiere herausgibt, die dann die von ihr kontrollierte Zentralbank aufkauft. Das nennt man Fiat-Geld. Das gibt es erst seit 1971. Das ist nicht in Stein gemeißelt. Nixon hat 1971 die Bindung des US-Dollar an Gold aufgehoben, um nach Außenkrieg, Vietnamkrieg und nach innen Wohlfahrtsstaat Johnson's Kreuz der Zeit, die finanzieren zu können. Und seit da an hat der US-Dollar gegen Gold 98 Prozent seines Wertes verloren. Also die Bilanz ist ziemlich verheerend. Dieses Geldmonopol muss fallen. Also entweder gibt es ein Geld, das einen Sachwert gebunden ist, den niemand manipulieren kann. Oder es gibt freies Geld, dass sie sagen, hier also den Eintritt, um das zu ermöglichen, den zahlen sie nicht in Euro, sondern in Bitcoin, Gold, Silber, weiß ich was, Warengeld, also in irgendetwas, das freies Geld ist. Das muss weg, dieses Monopol. Und drittens muss weg, dass der Staat nicht nur über unser Eigentum verfügen kann, nicht nur über das Geld verfügen kann, sondern auch noch Zwangsdienst anordnen kann. Also ich halte die Debatte über eine sogenannte Wehrpflicht, Wiedereinführung aus angeblicher, wegen angeblicher kriegerischer Bedrohung für vollkommen verfehlt. Weil da geht es darum, angebliche Wehrpflicht, wer das nicht will, muss, was so schön klingt, nennen dann Zivildienst oder soziales Ja machen. Das ist einfach Zwangsarbeit. Das heißt, der Staat kann für den Fall, dass es wirtschaftlich mal, dass dieses Geld dann mal wirklich in eine Hyperinflation wird oder irgendwas zusammenbricht, auch einfach über unsere Körper, über unsere Arbeitskraft verfügen und Zwangsarbeit anordnen. Das darf nicht sein. Also diese drei Punkte, das würde ich als vierten, da auch Herr Detmer hier ist, noch anfügen müssen, es muss eine Rechtsordnung, ein Justizsystem geben, das unabhängig vom Staat ist. Ich hätte da, mein Vorbild ist, das, mein Vorbild ist, dass die Tradition das Common Law, das von unten kommt und wo auch ein Richter von unten sagen kann, nee, nee, der englische König, der darf sowas nicht, das fällt nicht in seinen Bereich, statt das von zentral von oben vorgegebene Gesetz. Also das ist Arbeit jetzt. Das ist nicht einfach. Mindestens vier Punkte, Ausnahmegesetze weg, staatliche Verfügung über Geld weg, staatliche Verfügung über Wehrdienst, Zivildienst, Soziales, ja, also Zwangsarbeit, Zwangsdienste weg und unabhängig, wirklich unabhängig von unten aufgebautes Justizsystem ohne weisungsgebundene Staatsanwälte, ohne Richter, die einfach Staatsangestellte sind und vom Staat belangt werden dürfen. Das müssen wir erreichen. Das würde ich sagen, das sind die Kernforderungen. Und ich würde jede politische Partei fragen, wie steht ihr dazu? Und wenn ihr das nicht macht in eurem Programm, dann will ich euch nicht wählen. Dann hoffe ich, dass irgendjemand das schafft, eine Partei auf die Beine zu stellen, die man wählen kann. Aber so denke ich, das müssen wir angehen. Also es hilft nichts, nur auf die paar Bösen zu schimpfen, Bill Gates oder wie die heißen mögen, die sind weit weg, die können uns keine Polizei ins Haus schicken. Es hilft auch nichts, nur die Ideologien wegzuschaffen. Das ist der Überbau, da kommen neue, das ist für die überhaupt kein Problem, das nächste aus dem Hut zu zaubern. Wir müssen den Unterbau, die reale Machtstruktur, die uns zu etwas zwingen kann, die müssen wir zurückfahren. Und dazu brauchen wir das, was Kant nennt, den Mut zum freien öffentlichen Gebrauch der Vernunft. Öffentlicher Gebrauch der Vernunft ist der Gebrauch, den Sie von Ihrer Vernunft als Bürgerin oder Bürger machen, der immer frei ist, sagt Kant. Und indem Sie auch den Staat kritisieren können. Sie können als guter deutscher Staatsbürger sagen, dass das Bundesverfassungsgericht Rechtsbeugung betreibt, damit delegitimieren Sie niemanden, sondern zeigen einen Missstand auf. Das müssen Sie sogar tun, weil nur so, wenn wir das hartnäckig tun, wenn wir hartnäckig, klar, sachlich auf die Missstände hinweisen und ganz klar bei den Punkten bleiben. Demokratie heißt, dass man uns nicht einfach unsere Rechte per Fädenstrich nehmen kann und da irgendwelchen Schutz vorwenden. Es muss so sein, der Staat ist dazu da, dass er unsere Rechte schützt, aber er darf uns nicht Vorschriften für unser Leben machen. Dazu muss das Justizsystem unabhängig aufgebaut sein, die weiteren Punkte, die Sie genannt haben. Darauf muss man beharren und das muss man weiterbringen im Bekanntenkreis, das muss man in die Öffentlichkeit bringen. Und da sind wir, sind Sie alle gefordert. Anders geht es nicht. Es ist nicht getan mit ein paar Bösen, es ist nicht getan mit Ideologien wegschaffen. Wir müssen das, was Walter von Rossum gestern gesagt hat, wir müssen die Demokratie, wir müssen unsere Gesellschaft von unten neu aufbauen, basierend auf freiwilligen Interaktionen und basierend darauf, die grundlegenden Rechte von jedem zu respektieren. Und das denke ich, das können wir. Ich bin optimistisch. Also dieses Buch, wo das drinsteht, heißt Land ohne Mut. Aber ich hoffe, ich möchte Ihnen Mut zu sprechen, wenn wir hier so viele schon sind. Das können wir, das schaffen wir. Danke. Applaus